Was ist es, das eine neue Maschine braucht? Was macht sie bereit für ihre Arbeit? Was macht sie zu ihrer Maschine? Wie holt man noch mehr aus einem Dreschsystem heraus? Das neue 4D-System steuert die Rotorklappen und die Gebläse-Drehzahl automatisch. Dies geschieht in Abhängigkeit zur Quer- und Längsneigung sowie der aktuellen Belastung der Reinigung. Dazu werden die jeweils Hang- oder talseitigen Hälften der Rotorklappensegmente automatisch geöffnet oder geschlossen. 4D – unsere vierte Dimension. Manchmal hilft es, die Dinge größer zu machen. Durch den erweiterten Durchmesser des neuen Strohhäckslers wird die Gutannahme und Führung deutlich verbessert. Der Reibboden und die Gegenmesser lassen sich bequem aus der Kabine herausverstellen. Auch die Umstellung zwischen Transportposition, Häckseln und Schwartablage kann der Fahrer per Knopfdruck aus der Kabine regeln. Wie können wir eine präzise Funktion noch genauer machen? Der kennfeldgesteuerte Radialverteiler ist nun mechanisch angetrieben. Das verbessert deutlich die Strohverteilung und die Effizienz. Dank der stabileren Drehzahl des Radialverteilers wird auch seine Verteilgenauigkeit deutlich gesteigert. Was können wir tun, um das Ernten sicherer zu machen? In extremen Ernteverhältnissen werden die Antriebe des Mähdreschers stark beansprucht. Um kritische Lastspitzen frühzeitig zu erkennen, überwacht die automatische Gutflusskontrolle den Motor sowie die Antriebe der Roto-Plus-Restkornabscheidung und des APS-Dreschwerks. Durch das Abschalten des Vorsatzgerätes wird die Maschine im Ernstfall vor größeren Schäden bewahrt und Stillstandzeiten werden so gering wie möglich gehalten. Lässt sich Intelligenz steigern? CMOS Automatik reguliert durchgehend die Restkornabscheidung und Reinigung und passt die Maschine damit permanent an die Erntebedingungen an. Das sorgt für einen maximalen Durchsatz bei höchster Kornqualität, Kornsauberkeit und minimalem Kraftstoffverbrauch. Der Fahrer selbst veranlasst lediglich die Aktivierung der Automatikfunktion. Was macht einen guten Motor aus? Es ist die Kombination aus Kraft und Intelligenz. Die neuen Mercedes-Benz-Motoren mit bis zu 15,6 Litern Hubraum sorgen beim Lexion für Höchstleistung und das bei niedrigen Betriebskosten. Was kann überzeugender sein als das Beste? Das APS-Hybrid-System von Klaas steht für die Kombination zweier herausragender Technologien. Das tangentiale APS-Dresch-System und die hocheffiziente Roto-Plus-Restkorn-Abscheidung. APS-Hybrid steht für höchste Leistung in allen Erntebedingungen. Ein im Mähdreschbereich einzigartiger variabler Lüfterantrieb in allen Lexion 700 Modellen regelt seine Umdrehungsgeschwindigkeit selbstständig, abhängig von der benötigten Kühlleistung. Ein intelligentes System, das Leistung immer nur dann abfordert, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Was macht aus einer guten Maschine eine bessere? Was macht aus einem Mähdrescher einen Lexion? Es ist Erfahrung. Erfahrung neuester Stand. Der neue Lexion. Der neue Lexion. Der neue Till ne databases anyway. Untertitelung des ZDF, 2020